Grüß Eng, ich bin der G.B. Mayer und ich werde den Bastian Chirot nicht wählen. Das liegt aber einzig und allein daran, dass ich grüner Landtagsabgeordneter in Tirol bin und kein Schweizer. Aber ich verfolge seit 2006 fasziniert mit, wie jemand in unserem Nachbarland politische Themen voranbringt. Und nachdem ich dein Buch gelesen habe, lieber Bastian, muss ich sagen, inhaltlich ist es ja super spannend, aber Literatur-Nobelpreisträger wirst keiner mehr werden, deswegen glaube ich, dass du am besten im Nationalrat aufgehoben bist und dort hoffentlich auch wieder hingewählt wirst. Hopschwitz! Hopschwitz!